Wow, so eine Dirichabel, ne? Ja, wunderbar! Schon wieder! Und jede Wochenende oder Feiertage. Schön, wa? Wollte ich mal nach. Weißt du, was kostet? 250 bis 300 Euro eine Fahrt. Schönes Geldmacherei, ne? Wuppertal Barmen. Heute ist besser als davor. Davor hat er Nase runtergeklemmt, ne? Schönes Wetter, ne? Kann man spazieren gehen. Und immer dieser Baum, ne? Wo ist er da? Da sieht man nichts mehr. So, ist jetzt weiter, weil wir müssen jetzt gleich den Wiedersehen. Der ist ja irgendwo hier, in der Stelle, aber... Der ist ja irgendwo hier. Nordpark oder so, ne? Also sehe ich den aber, schlecht. Auf jeden Fall, ne? So eine Bombe sieht so aus. So wie Atombomben, ne? Das ist eine maximale Vergrößerung. Mehr kann ich jetzt leider nicht mehr. Aber schönes Fahrt, ne? Für 300 Euro. So. 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 sieht so aus wie ein ufer von hinten und das war es schon wieder versteckt das ist so wie der huawei mit 20 pro aufnimmt beste handy der welt das habe ich der andere bestellt der huawei mit 40 pro aber habe ich noch nicht morgen kriegen morgen kriege ich den dann gucken wir mal im vergleich ob der besser oder schlechter auf jeden fall möchte ich ja merken ihr müsst alle update original haben also kein update mehr machen und handy sonst qualität ja und was schon schöne runde